Hallo und herzlich willkommen zum BTC Magic Training. Mein Name ist Jan Dahn und ich bin seit 15 Jahren Musiker und Zauberkünstler. Im bürgerlichen Leben heiße ich Jürgen Spelters und habe einen Universitätsabschluss als Magister Achtium in Germanistik, Psychologie und Musik. Im BTC Magic Training habe ich meine Universitätsausbildung mit meinem praktischen Wissen konzentriert. Das Seminar erleichtert Ihnen, berufsrelevante Schlüsselqualifikationen zu fördern und auszuprägen. Und das mit Hilfe der Zauberkunst. Hinter einer Zaubershow stehen die gleichen Soft Skills, die Sie auch für Ihren beruflichen Alltag benötigen. Wie bei der Zauberkunst benötigen Sie Redegewandtheit, die Fähigkeit Menschen zu führen und Anweisungen zu geben. So wie Einfühlungsmöglichkeiten und die Kontrolle der Kommunikationsebenen im Umgang mit Menschen. In Ihrem Fall sind diese Menschen Kollegen oder Mitarbeiter. In meinem Fall sind das die Zuschauer, die sich ansprechen und emotional involvieren muss. Sie sehen schon, dass Zauberkunst und Management einiges gemeinsam haben. Im BTC Magic Training, Behind the Curtains, erlernen Sie Schritt für Schritt einzelne Kunststücke und entdecken Vorhang für Vorhang die Hintergründe der Zauberei. Vor dem ersten Vorhang findet die Show statt. Mit Staunen, Begeisterung und Applaus. Lüftet man den Vorhang, lernt man die tricktechnische Seite kennen. Die grundsätzliche Funktionsweise eines bestimmten Tricks. Das rohe Sklett eines scheinbaren Geheimnisses. Für dieses Seminar ist die Tricktechnik einfach gehalten. Ohne Fingerbrecher und schnell zu erlernen. Denn uns interessieren die Nächsten vorher. Da geht es um das wirkliche Training. Kommunikation, Rhetorik, emotionales Bewusstsein. Eben die Fähigkeiten, die für einen positiven Umgang mit Menschen absolut notwendig sind, um weiterzukommen und erfolgreich zu sein. Das ist ein kleines Wurmer. Das ist ein kleines Wurmer. Das ist ein kleines Wurmer. Blanzer. Schön.